Und damit hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge Ark Valhalla Kingdoms. Heute mit dabei der Koya, der Gabax, der Mr. Helm, der Lupus, der Matze, der Spielbär, der Alaytok, der Obili und der Kzar. So, ja, alle versammelt. Eine dozentvolle Hütte, die wir hier haben. Ein bisschen, ja. So, wir sind oben auf unserer fliegenden Insel, wie angekündigt. Und versuchen hier zu überleben, denn es ist auf jeden Fall nicht einfach hier oben. Das dürfen wir schon feststellen. So. Ich habe mir extra ein bisschen stärkere Unterarme gegeben. Ich denke, damit geht das. Dich hat man gleich erkannt. Das ist direkt dem ersten aufs Maul gehauen. Tja, Helm, da hast du schlechte Karten mit deinen kurzen Armen. Das ist meine Starttaste von der Aufnahme. Die liegt da irgendwie zusammen mit einem Schlagen. Ich habe es bisher noch nicht wegbekommen. Aber es ist zum Markenzeichen geworden. Ja, das ist absolut. Ich muss hier jetzt von nachher total geil. Jedes Mal bam. Schäfer-Teil. Wie sie jetzt alle hier zu den Bäumen rennen. Warte, ich will auch einen. Deswegen bin ich da, wenn man synchron umschunen passt. Das ist ja Wahnsinn. Genau, ihr habt nichts verpasst. Wir haben gerade erst angefangen. Mussten nur irgendwie hoch auf die Insel. Genau, wir haben uns, das kann man ja mal ein bisschen erklären, wir haben uns hier hoch auf die Insel natürlich hochgecheatet. Das muss man fairerweise zugeben. Sonst wären wir ja hier nie im Leben in so einem frühen Stadion hochgekommen. Und haben uns auch ein paar Betten hingestellt. Für den Fall, also für den ganz unwahrscheinlichen Fall, dass wir hier tatsächlich sterben sollten. Ganz unwahrscheinlichen. Aber hat schon jemand Steine gesehen? Ja, natürlich. Komm hier hoch, wo die Büsche sind. Oben den Hügel hoch. Okay. Auf zu den Büschen. Wir kommen, wir kommen. So, schon mal eine Axt. Craft. Ah, toll. Cheater. Lagerfeuer und Speer. Ich bin gerade schon vom Berg abgerutscht. Das hängt super an. Nee, ehrlich. Schon halb tot hier. Warten wir uns irgendwie eigentlich bei den Ankrum Points. Ah, hier sind Steine. Am Anfang erst mal das Normale, jeder, oder? Also jeder seins. Ja, klar. Ja, jeder wirklich seins. Wir haben eh genug Punkte von den Angrams. Wir können alles lernen. Sicher? Bei den ganzen Sachen, die neu sind? Ja. So am Anfang weiß ich jetzt nicht. Uh, was fehlt mir denn noch? Weil du musst ja auch daran denken, die ganzen Zukunftszeugs-Sachen sind raus. Deswegen hast du genug Punkte. Dann sparst du wieder bei den Angrams. Ach so, da hast du recht. Ja, wir spielen ja hier das mit quasi einer Art Primitiv-Map. Ja, quasi im Mittelalter. Schön im Mittelalter unterwegs. Keine Knarren, kein nichts. Also ob man jetzt am Anfang alles lernen kann, weiß ich nicht. Aber später auf jeden Fall. Später auf jeden Fall. Aber ich denke, am Anfang wird es trotzdem ein bisschen eng. Oh, ich habe hier noch mal die ganzen ercheateten Betten in der Slotbar hier. Deswegen bist du so schwer, ne? Nee, nee, die habe ich ja aufgebaut. Nur die waren noch als Schatten da. Als Schatten deines Selbst. Genau. Sind nur Steine. Ja, freu dich doch. Spielbeer macht jetzt schon Bungee-Springen, oder was? Das war so verlockend gerade. So von ganz oben. So, wui. Erstmal meine Brüste abdecken. So. Könnt ihr nicht mehr gucken. Die Brüste abdecken. Ist mir. Geh mal nur. Nee, nee, meiner. Meiner. Boah. Ich stand da zuerst. Mein Raum such dir deine eigene Dorf. Danke für den XP. Genau, da hat man es gerade gehört. Ich feiere das bei dieser Valhalla-Map. Diesen Donner. Ist genau mein Ding, ey. Schön Soundkulisse. Es ist kein Gewitter, ja? Ja. Guck mal, so geht das. Gewitter? Allein sagt, willst du eine Axt? Äh, ja. Mir fehlt noch das Flint für die Axt. Oh, ja. Jetzt habe ich ihn auch gehört, den Donner. Nice. Ich bin mal großzügig. Wo war denn das Gewitter? Sag mal, habt ihr das Leveln auf 300% oder so? Ja, das geht ja auch. Es ist auf jeden Fall ein bisschen schneller, ja. Ja, aber es ist bei 10 Leuten normal. Guck mal, da oben die ganzen Extra-Springen. Und die Speer. Ja, und das Maximallevel wurde ja erhöht. Also levelt man ja auch so an sich schneller. Ja, sagt er auch. Guck mal, unten ein Speerchen habe ich dir auch direkt gebastelt. Sag mal, es gibt Donner, aber es gibt Blitze gezielt, oder? Perfekt. Sogar verteidigt. Ja, das ist eine gute Frage. Wäre aber lustig. Wo seid ihr denn alle hin, wie die Ameisen? Gerade waren sie alle hier am Bärenpflücken, jetzt ist keine mehr da. Ja, Helm, wir haben dir was nicht gesagt. Das ist gleich wie fit ist. Schaltet gleich um, der Modus. Okay. Kommt her, ich bin wirfnet. Gleich kommt der Drachen, oder wie, ja? Ja. Das kann passieren. Nee, Helm. Wir brauchen auch keine Drachen. Dem reichen ein paar Raptoren. Wo ist Koja? Koja, wo bist du? Hast du schon eine Keule? Nee, aber ein Speer, da steht dein Name drauf. Den, das werde ich nicht mehr los, ne? Das werde ich nicht mehr, das wird verfolgen für ewige Zeiten. Und du bist schuld. Ja, ich nehme es auf mich. Ich werde jetzt erst mal hier ein Lagerfeuerbruch platzieren. In die Höhle. Nö, draußen brauchen wir auch einen. Was ist das denn? Hast du überhaupt schon Fleisch? Hauptsache, erst mal Feuer. Ich habe, Gabax, werde ich sagen, ich habe Feuer gemacht. Ich hätte es nicht geachtet, ehrlich gesagt. Ja, die erste Folge ist jetzt so ein bisschen Farben, ist ja logisch. Na klar. Kleine Tiere, mit denen man sich anlegen kann. Ich wundere Ameisen. Mich wundert, dass noch keiner, mich wundert, dass noch keiner, dass noch keiner getötet wurde. Erstaunlich. Dann geht mir den anderen Höhlenausgang raus. Da müsst ihr mal gucken, hier sind manchmal schwarze Löcher im Boden. Traut euch. Wer traut sich? Schwarze Löcher. Genau, schwarze Löcher. Spieler, hier, guck mal hier, oder? Hier oben. Na, ich schau mal, ob ich heiße. Alter, ich bin gerade am Level vergeben, da kommt schon der Nächste. Siehst du die? Stimmt. Ich vergeb gerade freiwillig schon gar nicht. Äh, Matze, wo bist du denn? Äh, ich lauf hier rum auf der Insel. Der guckt sich bis in die Insel ein. Nein, echt? Ja. Das ist Level 9 schon. Zu zweit wäre es ja vielleicht einfacher. Genau, ich zeig mal kurz die N-Gramme, der ganz unten. Da sind die ganzen Neulen. Oh, nein, eine Katze! Oh, endlich. Oh, jetzt lockt die noch zu mir. Endlich schreit jemand. Oh, nein, ich hab kein... Ich hab keine Waffe. Oh, da hinten kommt sie. Ich hab... Was, wo? Ich brauch erst mal ein Spe... Oh, die kommt. Weg! Oh, nein, ich weiß nicht. Oh, Leute, ich hab ein Speer, kommt her. Es stecht sie. Oh, wo seid ihr denn? Oh, dann noch bei einem Titanom... Oh, bei einer Ameise. Oh, ich dachte, wir haben die abgehangen. Die ist nicht abgehangen? Die ist ganz schön hartnäckig. Nein! Warte, ich hab eine Idee, was auf den... Ach, die sind ja jetzt schlauer, die Viecher. Ja, wenn ihr sagen würdet, wo ihr seid, könnten wir helfen. Beim Betten sind wir... Beim Betten? Beim Betten? Nein! Okay, also nicht sterben. Du bist sicherlich zu mir. Komm, Speer, was brauch ich denn da noch? Noch mehr Wut. Ihr habt so viele Ameisen gekillt, dass ich zwei Becken bekommen hab. Geh drauf auf den Bar, komm nach oben. Oh, oh, oh. Die Maus ist weg, so. Hilfe. Was ist das? Oben kommt sie nicht rauf. Katze. Verlaufen. Komm her, du scheiß Katze. Spiel, bei das denkst du, dass die da oben nicht raufkommen. Die sind jetzt schlauer, denk dran. Die flogen sich einen anderen Weg. Die laufen so lang, bis sie dich finden. Hab ihn. Ja, easy, man, easy. Scheiße, ich stand zu weit weg. Ich spiel verloren. Ich glaub, ich hab alles gekriegt. Hat also Sinn gemacht, dass ich einen Lager voll gebaut habe. Verdammt. Verdammt. Ich hab mich verlaufen. Das ist eine fliegende Insel. Wie kann man sich da verlaufen? Bis 2.0, würd ich sagen. Wo seid ihr? Man hört ihn gleich einfach nur runterplumpfen. Dann war da plötzlich ein großes, schwarzes Loch. Ist das hier richtig? Ich bin hier, ich bin richtig, komm. Vor allem aber, wo er das Lagerfeuer auch hinstellt. Mitten in die Pampa. Ja, muss ich ja. Ja, damit ich da schneller hinkomme beim Farmen. Ist doch logisch. Krieg hier überhaupt keine Scherbe. So, ein Schild kann man hier schon mal bauen. Aber Helm, wenn es sich beruhigt, ich glaub, hat mich auch verlaufen. Aha. Einmal mit Profi. Wunderzürmer. Brauch ich mir ein eigenes Feuer. Willst du nicht an meinem Feuer stehen? Nö. Nö. Ich find's halt nicht. Das wird zu kompliziert. Wie ist denn nur Wald? Was brauch ich denn ja noch? Kleiner Tipp, Kuja. Lauf den Berg hoch. Ja, bin ich da dabei, ja. Das geht noch nicht mehr höher. Ich glaub, dahinter ist... Level 31, Armeis. Ah, das Werdesee. Ah, ja. Das Werdesee. Wie komm ich da jetzt hin? Sie sind so viel Berg im Weg. Ich hab das erste Chitin. Boss. Gar nicht wahr, hab ich schon lange, ey. Ich hab mehr Chitin. Hey, ich fühl mich grad hier falsch. Gar nicht. Zwischen zwei weiblichen Charakteren beim Pflücken. Irgendwie ist das hier falsche Rollenverteilung. Ja, solange du nicht schwarz bist, ist alles okay. Das ist Emanzipation hier, ja. Sind ja keine Baumwollplantagen, also das geht schon. Sicher? Das Kristall. Oh, oh. Oh, wollen wir schon mal das erste Trike? Ich hab ne, ich hab ne Zwille. Äh, ähm, ähm. Ich hab, äh, Knüppel. Stimmt, ich hab keine. Ja, mit Knüppel auf dem Trike. Jo, von hinten drauf. Wenn wir alle drauf gehen. Ist klar. Also nicht, also nicht sterben, sondern alle gleichzeitig drauf gehen. Wir werden alle drauf gehen. So, ich habe, ich habe 44 Heatin schon. Ich brauch mal einen Hight. Hat jemand Hight? Nee. Aber ich suche ja noch was Speere. Ich suche noch Dimos zum Töten, ey. Ihr seht ja nicht mal Dodos. Äh, ich suche ja mal rein. So, könnte vielleicht was sein. Ähm, könnte mal jemand aus der Höhle kommen und mir helfen gerade? Wo ist es denn? In Richtung See, in Richtung großer See, weil ich hab da grad ein paar, ich glaub, sie haben abgedreht. Ja, was denn jetzt? Ich, ja, ich bin nah tot und hatte ein paar Ameisen an der Backe, aber ich glaub, jetzt sind sie weg. Und dann, bei der Höhle? Ich bin bei dem Wasserfall. Wir kommen mal schon so. Ich bin da. Ja, wenn du nur fast tot bist. Du bist in die falsche Richtung rausgelaufen, ne? Das hat hier oben jetzt ein bisschen was von Fittest. Auf den letzten Tasten Bären legen und alle essen. Hey, da sind die, da sind die Mundrollen. Ach, da sind die Ameisen. Die versuchen noch reinzukommen in die Höhle. Wie krass ist das denn? Na ja, sicher. Wow! Guck dir das an, die kleinen Schweinchen, hier. Scheiße! Nein, ich wusste. Was war das? Genau, ich hab das noch gar nicht, ich hab das noch gar nicht gezeigt, hier hinten die Betten. Für solche Fälle wie mit Lupus, da steht er auf. Mach ihn doch kaputt. Da will einer hin kommen, sie will weglaufen. Weil ihr dürft nicht vergessen, wir sind oben auf der Insel und jedes Mal von unten hochkommen. Wollt ihr mal zumachen jetzt bei unserer Höhle? Ja, mach mal zu. Dann bring mir mal Fetch bei, wenn ihr habt. Bringt's mir mal! Man bringe mir! Warte, warte, ich bringe mir! Ich hab, ich brauch Hilfe, äh, Trike und so. Wie viele Ameisen sind denn die auf der Insel? Was brauchst du denn? Was willst du mit, was willst du denn zumachen? Was halber brauch ich? Fetch erstmal oder Wood? Ich baue jetzt erstmal Fetch Foundation, ich kann doch kein Wood. Sprich mit uns. Der greift mich was an! Wo denn? Der greift doch zurück! Ich mach ja schon, aber... Das ist mir ein bisschen zu stark. Ah, ich hab's abgehackt. Ah, geht schon. Abgehackt? Warum ist das so hoch? Abgehackt! Hier liegen die ganzen Ressourcen, wa, Koya? Ja, ich weiß auch. Warum ist das so hoch, diese blöde Foundation? Das geht ja gar nicht. Na, weil du die oben am... Dings am Stein angesetzt hast. Nein! Raptor! 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 Ameisen! Nein! Da hinten! Kannst du dich mal entscheiden? Ich komm mal über Richtung Höhle zurück! Ja, bring alles mit! Bring mit was du hast! Genau! Ja, wir haben genug! Mike, rette mich vor dem Raptor! Oh, nett! Ist doch zum Kotzen hier zum Ton! Oh! Ich brauch aber auch mal hier ein bisschen... Wow! Eine Katze! Aber komm, die krieg ich schon mal! Er macht dich sogar! Vielleicht könnt ihr ja die... Vielleicht könnt ihr ja die Sachen, die ihr mir hier hingelegt habt... Die schaffe ich! Ich schaffe dich! Oh nein! Ich bin so schnell! Oh geil! Ich hab's geschafft! Ich habe Fleisch! Halt! 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 Einheit! Ich brauch eine Zülle! Oh, die haben was in sich! Was? Haben's in sich! Die haben's in sich! Die haben's in sich, genau! So, ich brauche hier draußen erstmal eine... Was seid ihr denn? Ich kann auch Kätzchen sehen! Ja, dann geht da, wo der große See ist, da läuft eine rum! Gerade so überlebt! Die habe ich gerade gekillt! Ah, die hat dich vielleicht gefressen! Vielleicht hast du noch Loot! Hahaha! Das ist einfacher gesagt als getan! Halt! Chris! Bleib stehen! Ich brauch's nicht! Guck mal! Einheit! Einheit! Hier! So, was muss ich denn hier für lernen? Alter, ist denn hier nichts, was man... Brauch jemand noch einen Helm? Ich hab noch einen... Hahaha! Da hab ich grad gar nicht drüber nachgedacht! Aber ich hab noch! Ich hab noch Kopfbedeckung! Ja, gib! Ich hab noch einen Helm! Oh, die sind sogar stärker! Oh, Matze! Die sind sogar stärker als die normalen! Und ne Axt hab ich auch noch! Braucht noch jemand ne Axt nehmen! Nee! Da bin ich schon gut ausgerüstet! Oh, ich hab keinen Kopf! Dann seh ich grad hoch! Mäuschen! Ach ne, du bist ja männlich! Du bist ja der kleine... Vielleicht ist das für dich auch Mäuschen! Das weiß man ja nicht! Und welches Level seid ihr schon? Den Finger weg im Mund, Räuber! Ich bin auch noch Kotler dran! Äh, Level 12! Echt der Hammer, wie man hier levelt! Das ist... Wahnsinn! Bei 10 Leuten... Hier ist kein... Ey, hier ist kein Stinks mehr drin! Kein... Ihr wisst schon hier... Ach man! Kein Stinks mehr drin! Kein was? Kein... Holz! Jetzt hab ich's! Das Wort hab ich gesucht! Ah! Sag das doch! Das Arg-Jugend-Wort des Jahres! Holz! Wood! 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 We need more lumber! Lumberjack! Krieg ich das jetzt hier hin? Nee! Kann schon jemand zufällig stehen? Kann doch keiner! Was denn? Äh, die Sockel da! Die, die, die... Die Pillars? Pillars brauchen wir ja! Ne, da sind wir noch zur Schule! Ne, ne! Der dauert ein bisschen! Bis die Pillars bauen kannst! Schön friedlich hier draußen! Ja! Ja, Tanja! Wir haben einen guten Glück, äh... Einen guten Glück! Einen guten Glück! Wir haben einen guten Glück! Hahaha! Mein Axis kaputt! Ohne Piller komm ich hier nicht rüber! Das ist das Problem! Kriege ich dich nicht dicht! Aber ich glaub wir sollten keine anderen Mitspieler hier drauf lassen! Es läuft so schön flüssig! Ich hab teilweise 60 FPS! Hahaha! Auf jeden, ey! Und gebaut... Und hier Bauten werden auch begrenzt! So! Jeder kriegt eine Setschütte! Nur maximal 5 Wände! Ja! Maximal Holz, damit man's noch einreißen kann! Blöden Ameisen! Ich weiß gar nicht was du hast, war noch ganz einfach! Wir sollten uns schon mal den Käfig bauen, für alle die, die nicht hören! Verdammt! Oh! Der steht da oben! Der kriegst zuerst bei gesteckt! Der kriegst zuerst bei gesteckt! So! Lighthawk, hast du nen Speer? Ja, einen noch! Aber ich kann mir ja einen neuen machen! Da kommen grad Ameisen! Helm freutest du dich grad mit der Schildkröte an, ne? Ja! Soll ich dir helfen? Warte mal! Ich... Muss mein Zeug erst wiederholen! Aua! Pass auf! Ja, ja! Lass dich nicht beißen! Ich seh schon, ich bin hier fürs Kochen zuständig! Kein Ding! Au! So! Was ist denn da unten? Wollen wir nicht schon mal was langlegen? Das kann in der Zeit, wo wir hier nebenbei leveln und so schon mal... Unser werden! Geh kaputt! Achso! Komm, die hat's gleich! Die ist... Ja! Hahaha! Nice! So! Äh, was mit den Kisten? Kann man sich ja an den Kisten bedienen, oder was? Oh, toll! Ja! Verständlich! Vier, vier, vier! Alles für gemeinsames Nützen! Ich hab vier Heid und zweimal von diesem Keratin-Kram! Ja, ich hab auch Keratin! Ist das da drin? Ich würd direkt ein Mörtel bauen, wenn wir noch ein bisschen Heid hätten! Ja, dann lass uns doch mal hier noch ein paar Viecher platt machen, würde ich sagen! Okay! Ich hätt gern zwei... Ich hätt gern zwei Heid für Zwille! Ja, das wär perfekt! Weil dann kann man schon mal... Muss doch mal gucken, Koja, da kann man ja unten drunter durchschwimmen, oder hast du es mit Absicht so gemacht? Ja! Ja, das ist jetzt erstmal das... Also, ich glaub nicht, dass ein Raptor drunter durchtaucht, oder? Die sind schlauer geworden! Ja, klar! Tja, spiel mir dein Intro! Das klappt jetzt nicht mehr! Klemmere Kerlchen sind das jetzt! Ja, die sind jetzt auch clever! Stone and Wood! Das klappt aber auch besonders toll hier! Nein, der Gabaxe! Nein, der Gabaxe! Nein, der Gabaxe ist auch da! Ja, guck ich Sutterhose an hier hin! Zieh mal was an! Echt mal! Kann man sich ja gar nicht angucken! Ich bin begeistert von meinen Hauten! Also, das mal eben schnell hier zubauen, das nehm ich wieder zurück! Ja, du weißt ja jetzt schon, wo der Fehler liegt, indem du diesen Satz wiederholt hast! Oh, jetzt wird's gespeichert! Ja, kurz! Oh, was haben wir denn hier? Ich glaub Öl! Öl? Öl? Ja, also Ölsteine! Ne, Ölsteine gibt's Obsidian oder so! Obsidian! Ach, Obsidian! Okay! Das ist Obsidian! Obsidian! Halt! Halt! Du hast bestimmt Heid in der Tasche! Ne, hab ich ne leider nicht! Wer hat denn das Heid? Ich such ja auch schon hier Tiere! Ich hab vier und Helm auch! Helm hat auch vier! Ich hab sieben! Ich brauch fünfzehn für den Mörder und Pestoldinger! Ja Helm, wo bist du? Gib mir zwei Heid und ich besorg dir den Rest! So! Das ist ein Deal! Das ist eine Investition! Das sind wieder krumme Geschäfte! Ja! Moment! Helm, willst du Heid kaufen? Aber es sind hier echt wenig Tiere! Ja, okay! Ich komm wieder zurück! Wir haben einfach schon ausgerottet! Kommt oben hin! Ich weiß wo die sind! Also zumindest Trikes! Die Trikes sind da in dieser Rampe! Ja, ja! Ja! Ja, dann! Die sind alle runtergesprungen von der Insel wahrscheinlich! Genau! Die haben keinen Bock auf uns! Oh, das ist Raptor! 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 Der ist Maid boosted! Der ist Maid boosted! Der ist Maid boosted! Der Elf redet hier rum! Nur mit seiner Badekappe! Lass mich doch! Lass mich doch! Das ist schönes Wetter! Das ist schönes Wetter! Ein bisschen braun! Beim Lagerfeuer hier draußen bei der Kiste ist viel Fleisch noch drin! Die dürften gleich auch gebraten sein! Und das Schlimme ist, dass die Kappe, die habe ich dir geschenkt! Warte mal! Dann machen wir jetzt noch einen Hut draus! So! Exzellent! Guck ihn dir an! Der Sonnt sich hier, während wir hier akkern! Exzellent! Warte, ich werde dich ja hier niederlegen! Wiii! Dann leg dich da mal nieder! Da legst du ihn nieder! Geh! Dann schmeißt du dir Sachen weg! Oh! Habe ich gut gebaut hier! Das ist moderne Kunst! Da kann man noch ausschließen! Die Sachen weg! Super! So! Ich geh mir mal in die Gegend angucken! So Helm, gib mal bitte ein bisschen! Pass auf! Ja Spielbeer! So schnell geht das, ne? Immer noch! Immer noch will er was haben da! Ja! Da hast du! Brauch halt Halt! Das ist die Kacke! Ja! Spielbeer geht da in eine ganz gefährliche Richtung gerade! Da wo da jemand hingeht! Ich weiß jetzt nicht, wer da hingehüpft ist gerade! Aber... Achso! Da sind die... Diese Kiste, die wo beim Feuer steht, kann man die benutzen! Kannst dich benutzen, eben! Kannst dich benutzen! Kannst dich bedienen! Kannst dich benutzen! Dann schweiß ich da mal das Metall rein, wo ich gefarmt hab! Ja! Garmanx! Kannst dich benutzen! Ja! Ich seh ja kein Dino! Was ist denn hier los? Aber Eisen haben wir hier oben! Würde mich beschweren! Dass ich in den Unterhosen rumlaufe! Genau! Ich zeig gleich mal hier den schönen Ausblick! Was ist das denn? Da ist ein Raptor! Ne! Dino! Da kommt ein roter Airdrop herunter! Ja! Ja! Das ist bei uns auf der Önste! Dann gib mal ein bisschen Gas! Neville mal! Ja okay! Dafür dürfen wir nix bauen! Mit der auf Weiterentwicklung kommen! Hier! Der Garmanx rennt auch noch im BH durch rum! Ja jetzt wieder! Aber ich getötet wurde! Viel bedenklicher! Ja 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 ja! Garmanx im BH! Ja! Ich bin hier echt kein... Geh dir geht! 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 Oh man Leute! Kann ich den selber noch wechseln? Kann ich den? Helm? Dilo? Ja! Ja ich seh ihn! Ja wir brauchen einen Dilo rum! Ist euch mal aufgefallen? Ist das bei anderen Servern auch so? Wo bist du grad? Das ist dieses Klicken wenn du Steine aufhebst? Ja das ist auch so! Über den kleineren See! Komm! Bin hier! Das würde zu Fallout passen wenn du Kronkorken aufhebst! Komm wir gehen mal jagen! Ja wenn du mal einen Helm kannst du einen Hyde geben? Da Twikes! Einen Hyde! Schon wieder einen in der Hyde will! Alter! Nein! Und dann tothauen! Hier! Warte! Nein! Geh weg! Liegt hier! Du töten Götten vielleicht! Ja du willst doch die Twikes töten! Ach da! Ein Päckchen! Jo vielen Dank! Ein Päckchen für Gamax! Ja ein Päckchen für Gamax! Uuuuch! Ah! Scheiße! Oh Lupus! Das ist jetzt schon das wievielte Mal? Zweite! Warum stirbt denn dauernd? Gut dass wir nicht so viele Leute hier sehen! Das ist so! Wir flippen gar nicht durch! Wäre ich mal matzenlich hinterher gerammt! Das war eine blöde Idee! Und wegen der doofe Helm stirbt wieder! Lupus das Problem ist ich muss jetzt auch runter! Ob ich überlebe es? Ja komm! Komm! Puh! Puh! Hahaha! Ich bin gut! Du legst hier Wasser drin! Ich weiß! Ja der Protekt muss nichts mehr essen! Die Wasserleiche! Ist das die erste oder haben wir schon mehr Wasserleichen? Spielbär weißt du noch wo unsere Leichen lagen? Ja irgendwo da hinten! Okay! Irgendwo da im Wald! Irgendwo da so! Da trau ich mich nicht hin! Ja ich auch nicht! Das sind ja noch drei Raptoren! Ja! Echt immer noch! Drei! Matze warte mal! Was? Ja warte mal! Was? Ja warte mal! Mit Ungeziefer! Oh nein! Geh weg! Nein! Das war eine zu viel! Matze geht gerade zu den Raptoren! Ein Ungeziefer zu viel! Komm mit! Ich komm mit! Los kommt auch mit! Nicht da hinten stehen zu gucken! Oh nein! Ich brauche erstmal ein Leibchen! Ich brauche erstmal ein Leibchen! Ach Quatsch! Leibchen! 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 Oh nein Raptor! Fuck it! Oh Chris! Oh Chris! Level 11! Komm den schaffen wir! Das ist ein Level unter dir gewesen! Oh der frisst mich! Ich werde mich rächen! Gibt der nicht irgendwas in deiner Größenordnung? So Dodos oder so? Der hatte all mein Zeug! Ich hatte so viel! Ne der legt jetzt nen Beutel dorthin aufgeben kannst! Okay! Da wohnt ihr nicht ernsthaft runter rennen! Ja die Abthorn war es irgendwo! Ja die Abthorn war es irgendwo! Nicht mehr jemand mein Zeug wieder zu holen? Das wäre echt Knorke! Komm Matze da ist nen Bronto! Ne aber hier waren wir doch so weit fahren doch gerade nicht! Wir waren doch hier irgendwo! Was ist denn Matze du Kipp? Wie sie alle hier schreien! Ich will hier nicht nur runterhüpfen! Der Walfang! Achtung da ist ne Libelle! Du willst jetzt nicht ernsthaft dass wir dir hinterher laufen für deine doofen Steinachs wieder zu finden! Das war noch ein bisschen mehr! Die ist nicht doof! Die war doch so schön! Das war meine erste Steinachs! Keine wird weder mehr so sein wie diese! Ja komm das Zweig da neben mir Matze! Meine Steinachs ist weg! Sag mal hinten! Du war einzigartig! Ach hier sind viele Tiere! Ist doch schön! Ich mach mir jetzt Sperre und werd die wiederholen! Das ist ein Lighthawk! Ist hier irgendwie was? Mist ich hatte das Schweinchen so schön weit runter und dann springt das freiwillig in den Toll! Wir müssen uns wieder einmal getränken! Warst du nicht grad noch bei mir? Ne! Ja! Ich bin gegangen! Ich wollte nicht da runter! Und noch ne Katze! Scheiße! Das waren zu viele Katzen! Achtung da kommt Ameisen, Lypus! Eine hab ich gekommen! Ah verdammt! Wollen wir es zähmen? Ja zähmen! Nein das wollen wir eigentlich töten! Nicht! Aber ich will doch aus Leder! Ameise passt auch! Ja Ameise egal! Ein Heid brauch ich noch! Ne zwei Heid! Ich wurde ja wieder bestohlen! Ich wurde bestohlen! Werde ich bei den anderen! Ich darf dir ja deinen Heid nicht wiedergeben! Entweder zähmen wir es oder wir töten wir es! Wir zähmen es! Ich würde es zähmen! Was jetzt? Er sticht dir schon fleißig ein! Ernsthaft! Leute! Schon fleißig ins Auge! Ich bin dafür wir zähmen es! Erstmal testen wir was es aushält! Hier hinten ist aber noch eins! Die Probe aufs Exzendal war das! Woher seien denn jetzt alle? Hier brennt noch ein Feuer! Ist da wer da oben? Helm bist du das da? Warte aber bleib mal stehen! Ja natürlich bin ich das! Hast du ein bisschen Fetch oder so? Fetch? Hast du mal einen Euro? Hast du mal einen Euro? Ein bisschen Fetch habe ich 27! Ich muss mir mal wieder etwas bauen! Was hättest denn gern? Da unten wartet noch eine Säbelzahnenkatze auf mich von meinem... Hier hast du einen Speer hinter dir! Hast du etwa ein Date mit der? Ja, danke! Dann warte! Okay, dann baue ich mir jetzt auch mal ne Hose! Ich bin mal gar nicht so... Hab ich schon! Ich find doch niemals dein Zeug wieder! Häp! 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 Wenn du kurz wartest, begleite ich dich! Willst du wirklich in den Tod gehen für meine Spitzhacke? Ja! Spitzhacke, ja! Da hast du recht! Niemals! Vor allem weiß ich den Weg ja nicht mal mehr! Ich bin glaube ich gerade schon falsch! Hier läuft auch ein Ankylo rum, ne? Ich glaub hier geht's nur runter an der Seite! Da soll's nicht runter! Da soll's nicht runter! Was war dann nicht hier beim Sch... Alter, am Bronto! Hier am Wasserfall warst du, ne? Oh ne, Quatsch! Ne, ich bin runter in äh... An dem See und dann wo's dann zum Rand geht! Bin abgebogen! Das ist Level 11! Nach links glaube ich! Wer lässt dich auch nur töten! Mal hier links! Mal hier durch den Wald durch! Willst du es Level, weil die Katze... Ich seh' ihn rund um! Was ist denn hin? Sicher, dass der Raptor nicht Dings macht! Nicht auffrisst! Na, ich glaub hier lang war's! Da legt das Volk! Ey, ist ja nicht schlimm! Dann musst du ihn halt töten, ne? Jetzt hast du zwei Krotter gefallen! Ja, hier ist es! Hier ist es! Dann bin ich mal gespannt, ob ich sie noch sehe, die Katze! Also 24 habe ich nicht die eine Achter oder was es davor war, habe ich erledigt! Aber... Viel zu viele Steine im Inventar hier! Ist ja schlimm! Dilo! Direkt zähmen, die Katze! Ja, wäre cool! Aber die hatte leider so viel Sperre im Auge! Das folgt sie damit! Achso! Ich häng' fest! Jetzt hau' ab, ey! Ein Stückchen weiter runter war's noch! Aber hier ziemlich mittig müsste mein Blutbordel liegen, hoffe ich! Da liegt was! Da klopft irgendwer Metall! Da ist die Katze! Gucken! Vielleicht hat hier was drin! Die hat was drin! Hey, stopp! Da ist eine Zwille drin! Pfeile drin! Oh, Pfeile? Ey, was? Nimmst du es einfach weg! Ey, das tue ich gerade ab! Das war... Ich hab die erledigt! Da gibst du den Begleitschuss und dann bist du... Quatsch! Aber hast du irgendwo meinen Loot gesehen? Ich war doch aber da hinten! Das gibt's doch gar nicht! Schöne freie Fläche hier! Weil der müsste eigentlich weiter hinten liegen, der Loot, also weiter hoch! Da ist ein Skorpion! Da ist ein Skorpion! Ob der was macht? Ob der was? Pfff! Letzten Worte! Da ist ein Skorpion! Ob der was macht? Hallo! Bist du mein Freund? Nein! Ich bringe ihn mal mit! Nein, lassen wir uns! Vorsicht! Ha! Ha! Der ist mir nachgelaufen, darf ich ihn behalten! Der betäubt uns! Au! Nicht mich treffen! Ups! Scheiße! Was ist denn mein Loot? Verdammte Hacke! Ich find meinen auch grad nicht mehr! Ich war doch hier hinten! Müsste bei der Katze sein, der Loot! Oh Gott, der holt wirklich den Skorpion! Bei wie vielen Minuten sind wir denn jetzt eigentlich? Hör, hört, hört! Ja, dann würde ich sagen, habt ihr erstmal einen ersten Eindruck in die chaotische Truppe! Nein, jetzt nicht! Stopp! Ich will gerade den Skorpion am Tame! Warte! Ich hab mal ein Tames Ei gefunden! Wo ist denn hier ein Agent Tames? So! Der fällt gleich um! Liegt! 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 Nee! Großkampf vielleicht doch vielleicht! Fleisch hab ich! Narkos hab ich! Haha! 20 Fleisch dabei! Dann kommt mal bitte den Wasserfall runter! Andere Seite und Eros Seite! Glaub ich! Aber so mal ganz nebenbei! Mein Loot hast du nicht irgendwo liegen sehen? Nein! 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 Deine blöde Axt! Ne! Das war ein bisschen mehr als ne Axt! Aber das war okay! Wo seid ihr denn? Da! Matze! Was? Gib mal Fleisch! Ich hab Fleisch! Ich hab Fleisch! Ich hab Fleisch! In der Mitte der Karte! Ich bin noch nie gestorben! Das gibt's doch gar nicht! Okay von mir aus dürfen wir jetzt! Jetzt darfst du! Das musst du noch! Wird er seinen Loot noch finden! Das sehen sie in der nächsten Folge! Okay! Dann vielen Dank fürs Zusehen! Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder! Bis dahin! Macht's gut! Tschüss! 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 Tschüss!